So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht es und ihr habt es gelesen, worum es heute geht. Ja, da möchte ich mich erstmal zu entschuldigen. Ihr wisst auf meinem Kanal, ich mache was für Mädchen, für Jungs, für Männer, für Frauen, für Ältere, für Kinder. Ja, auch ab und zu mal für Minderheiten. Ja, deswegen, für die Minderheiten mache ich ganz selten was. Deswegen habe ich mir mal wieder gedacht, mache ich heute mal 5 Minderheiten Booster auf oder in diesem Fall FC Bayern München Boosterkarten von Panini aus der Serie 2018. So, und jetzt möchte ich mich an allen anderen auch entschuldigen, dass ich die roten Booster-Tütchen anfasse, weil viele wissen, aus welcher Stadt ich komme und welcher Fan ich bin. Aber wie gesagt, es ist ein Minderheiten-Video. Muss man ja ab und zu auch mal machen. Deswegen fange ich direkt mal jetzt sofort an, dass es nicht so lang wird. Und dann schauen wir uns wirklich mal die FC Bayern München 2018er Booster-Tütchen an und natürlich die Booster-Kartenbetriebe. Und wie gesagt, ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Und vielleicht gibt es ja da draußen doch ein oder zwei Personen, die diese Karten sammeln. Und dann, ich sag mal so, das dürft ihr auch ruhig hier in die Kommentare schreiben, dass ihr eben zu den Minderheiten gehört. Es ist ja nicht schlimm. Es ist ja nichts Böses, nichts Negatives. Jeder das Seine. Und ich sag mal, davon, wie gesagt, soll es auch ein paar Fans geben. Deswegen mache ich das auch, weil ich habe schon mal nachgeguckt, die Karten an sich, ob es die alten Karten sind vor ein paar Jahren. Also, naja, da muss man wirklich Fan sein, um die Karten einfach zu sammeln, weil Wertsteigerung haben die auf keinen Fall. Die Letzten, die ich mal nachgeguckt habe, im Internet sind die Karten aus. Ach ja, braucht man gar nicht erwähnen, kriegt man nichts für. Und das hier, das scheint wohl eher das bessere Karten zu sein. So, zwei Minderheitenbooster habe ich noch. Das geht uns ja nicht so lang zum Glück geworden. Da sieht man alle Minderheiten drauf. Und wie gesagt, ihr schreibt mir bitte alles in die Kommentare darüber. So, und hier ist es nun. Das letzte Minderheitenbooster 2018 FC Bayern München Training Cards. Und ja, ich werde jetzt eine ganz lange Zeit keine Minderheitenbooster mehr öffnen, weil, ich sage mal so, meine Hände müssen sich erstmal erholen, oder meine Finger in dem Fall. Hände ja weniger. Und ich weiß, dass da draußen jetzt ein paar sind, die mir jetzt richtig, richtig miese Kommentare geben werden. Aber, damit muss ich leben. Aber ihr auch, wie ich es eben genannt habe, die Minderheitsbooster-Tütchen. Also, das war's. Meine Lieblingszeit noch niemals erreicht. Ich wollte mal was für die Minderheit machen. Deswegen sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.